What? Ende? Ey, scheißdreck! Das dumme schwebende Stachelfieh ist wohl nicht mehr ganz sauber! Silver! Was gibt's, Buzz? Du, Psychonadelkissen! Willst du mich verarschen, ey? Äh, nö. In den letzten drei Folgen wurde ich nur bedroht, gedemütigt und auf alle möglichen und unmöglichen Arten gefoltert. Daher hab ich beschlossen, auszusteigen. Alter, aber sonst geht's noch! Ähm, äh, ich meine, dir fehlt bestimmt bloß an Motivation, hab ich recht. Hä? Ach, weißt schon, ist auf die Gehaltserhöhung, hä? Ich meine, du kannst dich einfach abzüchen. Ist scheiße für Geschäft, verstehst? Hm, also ein Tausender mehr wär doch schon ganz nett. Ey, sag mal, wie viel zahle ich dir überhaupt? Äh, 0, nix? Krass, verdoppeln wir! Cool, danke, Buzz! Ähm, Moment mal, das ist doch... Und erzähl, was hast du sonst noch so auf dem Herzen? Die Frage werde ich noch bereuen. Mal sehen! Rache an Sonic und Shadow. Machen wir. Eine Pizza in der Form meines Kopfes. Lässt sich einrichten. Noch ein iPod. Okay, wenn's sein muss. Und meine verschollene Eggman-Puppe. Sag mal, ist das nicht ein bisschen... Ach, und tägliche Ölmassagen von Blaze. Äh, jetzt übertreib's nicht! Wieso muss ich das nochmal machen? Aufgepasst, Silver-Fans! Darauf habt ihr alle gewartet! Denn seht, ich kann fliegen! Oh mein Gott! Okay, war's das. Tja! Äh! Was zur Hölle? Wieso sind die Fans von deinen Flugkünsten so beeindruckt und nicht von meinen? Naja, ich würde erstmal fliegen lernen. Außerdem erzählst du keine grüne Aura um dich herum. Hm. Das könnte sein. Holen wir grüne Finger mal Farbe. Wart mal! Ich hab ne bessere Idee. 1,6 Sekunden später. Was? Oh. Ich fliege mit einer grünen Aura! Kann mich aber nicht bewegen. Ach, Shadow. Bewegungsfreiheit wird doch komplett überbewertet. Ich würde vorschlagen, du begeisterst noch für ein Weilchen die Menge mit deinen Wahnsinns-Flugkünsten. Und ich geh kurz nach Runde zocken. Ein halber Tag später. Ey. Große Grütze! 20 Jahre Sonic-Videospielgeschichte aufzuholen ging wohl doch nicht so schnell, wie ich dachte. Okay, wo war ich noch gleich? Oh, shit. Am nächsten Tag, du Sau. Hey, Shadow, alte Socke. Hängst du dir auch rum? Äh, was für ein Zufall. Äh, hör zu, das war voll der Notfall. Und ich, äh... Silver, lass mich runter. Okay. Ich kill dich, bis du tot bist. Raaaaaah! Komm wieder her! Rannée Bhatia R slapped D Doing Genau, economics Is das Ric millones größer R W Untertitelung des ZDF für funk, 2017